Harte Jungs, Bad Boys, fand ich klasse. Also die beiden im Team einfach sind so krass. Welcher war denn besser? Eins oder zwei? Eins war besser, zwei war aber auch nicht schlecht. Nach zehnmal gucken wir zwei dann auch. Welcher war denn? Welcher war das? War das der erste? Das war der erste, genau. Weil die beiden erinnern mich irgendwie an uns beide. Die beiden erinnern mich irgendwie an uns beide. Welcher war das?